Technologie beobachtet uns ständig und gerade konzentriert sie sich auf Carol Peters. Was sehe ich denn da? Carol, ich bin eine technologische Superintelligenz. Ich kann jede Maschine auf diesem Planeten kontrollieren. Ist das James Corden? Nein, meine Analyse zeigt, dass es dich beruhigen würde, wenn du James Cordons Stimme hörst. Meine Absicht ist, dich zu beobachten. Wieso, sie? Sie sind der durchschnittlichste Mensch der Welt. Oh, alles in Ordnung? Was würdest du tun, wenn ich dir sage, dass die Welt untergeht? Ich würde versuchen, mich mit George zu versöhnen. Ich versuche zu entscheiden, ob ich die Welt rette oder sie einfach in die Luft jacke. Oh mein Gott! Finger weg, Lady! Das sind nette Leute, nicht wie die russische Mafia. Das ist echt eine nette Abwechslung. Andererseits könnte dieses Ding die Welt zerstören. Dann hast du dich ganz unterricht. Das ist echt eine nette Abwechslung! Untertitelung des ZDF, 2020